Herzlich, herzlich willkommen zurück bei Mystic Quest. Nein, Quatsch, nicht Mystic Quest. Ich habe mich leicht vertan. Das ist ja ein anderes Spiel. Das ist Roland's Customer. Wir haben einen Priester. Hi, I'm Lane. Äh, Lane ist nicht ein weiblicher Name. You look very strong. Ja, ich sehe stark aus, aber total, ne? Ein Elfen, der stark aussieht. Die hat eindeutig was auf der Pupille. Join me, Baby, and we will go and fight the Monsters. Ja, so einfach. So kann man Kontakte knüpfen. So leicht geht das. Jo, nehmen wir. Okay, let's go. Man in this town are so helpless. Was? Männer in dieser Stadt sind so hilfebedürftig. We should destroy the Monsters. Ah, ich dachte jetzt die Männer in the castle first. Lane has become one of the members. Jo, dat freut mich. Können wir jetzt wahrscheinlich auch auswählen. Da ist Lane. Schön, 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 schön. Und da? Äh, where are these creatures coming from? Ja, das weiß ich auch nicht. Warum fragt das jeder Pit? Why are they coming here? What can we do? Ist das nicht derselbe Text wie in der ersten Stadt? Lane, would you be a great cleric if only she didn't have such a hot temper. Was, sie ist nicht heiß genug irgendwie. I hope that she will learn more by traveling. Ja. Toll. Wie wär's mit nem Puff? Wir müssen auf Lane aufpassen. I know you won't listen, but try not to be so stubborn all the time. Alles klar. Ich hab zwar kein Wort verstanden, aber das ist egal. Lane, make us proud. Lane macht euch alle stolz. Und das hier ist ein Hochzeitspaar, ne? Sieht irgendwie so aus. Der Priester steht vorne am Grabstein. Toll, da hat er wahrscheinlich seine Leichen vergraben. You've been out traveling? Are you nuts? Ey, hat er uns grad beleidigt. The countryside is traveling with monsters. Ist mir doch egal. The monsters are getting bolder and stronger. Soon they may attack the town. I'm so scared. Sie hat so Angst, so Angst, so Angst, so Angst. Ja, dann lass mir sie Angst haben. Ich glaube, wir müssen jetzt da raus. Gehen wir einfach mal. Ja, mit uns im sexy Boomerang. Wow, 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 jaw, wow, wow, wow. Da geht das schon mal gut los, ne? Da geht da echt schon mal richtig gut los. Oh, was geht hier alles ab? Hä? So, für Lengen gibt es ein Level Up. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kommen wir da hoch? Will da hoch? Will da hoch? Kommen wir irgendwie von der Seite nicht hoch, glaube ich. Müssen wir von der anderen Seite hoch? Also hier auch nicht. Okay, können wir nichts machen. Jaja, das ist jetzt alles so ein bisschen semi-blind. Weil ich habe das schon mal gespielt. Aber ich habe ja ein Ortsgedächtnis, ne? Da schlackern einem die Knie. Oh je, oh je, oh je. Ich will jetzt aber dieses komische Ding da hinten haben. Komme ich da nicht rüber oder was? Ne, komme ich nicht. Das ist für seltsame Helme. Jetzt hat irgendjemand seinen Körper verloren, glaube ich. Ja, let's helm it up. Warte, kommen wir nicht rüber. Sieht echt verdammt danach aus, als kämen wir da nicht rüber. Finde ich nicht gut. Ist nicht gut. Und hier? Auch nichts. Oh, die Dinger, die können einstecken, Leute. Die können einstecken. Und die pupsen einem auch noch so schräg ins Gesicht. Das ist voll unverschämt von denen. So. Es dauert ja ewig hier von der Seite. Aber die droppen auch gern mal was, ne? Also so die Schnecken des Schlosses. Seht ihr? Droppen gern mal was. Ich will aber diese Chest-Tapen raus. Ich will dich an... Wow, voll immer mitten ins Gesicht gespuckt. Was fällt ihm eigentlich ein? Kollege? Nicht mit der Commander. Irgendwie ist das komisch her. Irgendwie ist das höchst komisch. Na, egal. Gehen wir hoch. Weiter geht's. Und? Ja, voll die MD, oder? Ja, eine Potion. Das finde ich gut. Potion ist immer gut. Können wir immer gebrauchen. Das ist ein sehr nützliches Item. Da weiß man auch nicht, wann der einen anspuckt. Aber eigentlich ist auch genug Zeit zum Ausweichen. Oh Mann. Der registriert total, wenn wir uns umdrehen. Sauerei. Boah, nee, ey. Du, Wutz. Boah, ich fand da war mir auch noch beschossen, ey. Komm, jetzt drop mal was Nützliches. Ah, ich sag da was Nützliches. Ist doch nicht nützliches, das doch. Komm, die nimm mal auch noch mit. Na, komm. Bäm, 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 bäm. Oh, da unten ist eine Chest. Ja, eine Chest. Eine Chest. Können wir eigentlich auch Kiste sagen. Oder? Eigentlich schon. Komm. Ja, Lane kriegt wieder ein Level up. Wunderschöne Sache. So, jetzt weiß ich ja nicht, wo wir lang müssen. Wahrscheinlich hoch. Ich schätze mal hoch. Ich weiß es nicht. Sieht verdammt danach aus, als müssten wir da... Bäm, bäm. Na, komm. Das ist das Day of the Tentacle-Viecher, oder? Eindeutig. Und die droppen immer dasselbe, ey. Sauerei. Als ich das mal gespielt hatte, haben die mir lauter... Wow. Potions gedropped. Was ich auch viel besser finde, ne? Weil ich brauch grad keine Magie. Brauch Potions. Der Boss ist auch so schwer. Ich wäre... The Potions grinded müssen. Müssen. Oh, immer dasselbe. Es gibt's doch nicht. Irgendwas gegen mich verschworen, glaub ich. Boah, ne, ey. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Wollen die mich veräppeln? Die wollen mich veräppeln. Kann das sein? Boah, krasse Sache, ey. Krasser Scheiß. Krank. So. Ich... Aua. Ey, da hab ich doch nie im Leben mal, der mich erwischt. Was soll das? Ich glaub, es wird Zeit, die erste Potion des Spiels zu nehmen. Obwohl... Ich kann eigentlich auch wechseln. Ich bin hier so geizig. So geizig bin ich. Bäm, 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 bäm. Bäm, 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 bäm. Es ist natürlich doof, dass es das Level Up nur gibt, wenn man... Boah. Das war knapp. Das war richtig knapp. Wenn man, ähm... Ja. Wenn man diese komischen Gesichter aufschnappt, dann gibt's ein Level Up und sonst ja nicht. Das kann sehr ungeschickt sein. Ich geh jetzt hier einfach mal nochmal runter, ne? Das mach ich jetzt einfach mal so. Ah, da ist die Chester, an die wir vorher nicht rankommen sind. Coolest Sache. Wo kommt denn der Kopf her? Und? Level Up. Schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. So, kann man da lang? Ne. Natürlich nicht. Nichts. Ah, guck mal, ey. Du Schwarzkopf. Schließlich ist das ihr Geld. Da lang. Ah, da geht's lang cool. Oh, die Wölfe. Wolfsköppe. Haben die Entwickler gespart? Haben sie keinen Körper mehr entwickelt? Äh, haben die. Ohne. Ohne Körper. Und die respawnen so furchtbar schnell. Oh, ist alles kacke, Leute. Ich will doch nur... Oh, das will ich eben nicht. Ich krieg Leute Sachen, die ich nicht will. Aber von denen krieg ich viel. Ohne. Altes Leid. Ah, eine Chest. Wer hat er mit? Ja, eine Potion. Das war doch mal nützlich. Wupp. Und jetzt? Was tun wir jetzt? Wir schlachten diese... Oh, die sind so eklig, ey. Ekel Schlachterei. Na komm. Ich weiß auch gar nicht, wann die schießen. Das ist furchtbar. Das ist so echt voll die kranken Gegner. Kondomköpfe. Ohne Potion. Ohne geht die nie weg. Die hole ich jetzt. Unter Einsatz meines Lebens. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Das sieht... Und da hätten wir Lane. Zum ersten Mal im Spiel. Lane mit dem Superstab. Oh, ich seh schon. Ich werd einige Potions einsetzen müssen. Noch ehe ich beim Boss bin, ey. Weil so geht's ja nicht. Das ist viel zu... Also, äh, Potion grinden müssen, meine ich. Weil das geht so nicht. Das ist... Ha, ja genau. Das ist gut. Das ist gut. Sehr gut. Kann ich hier noch was abstauben? Habt ihr hier noch was für mich versteckt? Ich glaube nicht. I think so, not. Komm her. Oh, no. Oh, das ist mir echt zu viel, der Gegnerei. Was soll da... Oh, ja. Ja. Hier, Wichskrübel. Wichskrübel, ja. Der Gegner sieht aus wie ein Wichskrübel. Aua. Ja, toll. Ja, ich glaub, das wird nix hier. Die sind viel zu schnell für mich. Wow. Ich musste grad warten, bis die abdrehen, ey. Oh, das ist schwer, Leute. Das ist... Nicht so einfach, wie es aussieht. Ja, ne Potion. Ach, nö. Jetzt ist das weggegangen. Hä, wo bin ich jetzt hier? Neues Gebiet? Äh, äh. Alles klar? Ne, nix ist klar, aber egal. Oh, ja, klar. Hau mir voll in die Fresse. Es wird Zeit, ein paar Potions nehmen zu müssen. Aber ich glaub, der hier kann auch heilen, ne? Ich weiß nicht, wie das geht, ey. Ich glaub, ist doch Priester, müsste er eigentlich auch heilen können. Dem Pit, zum Beispiel. Ist der jetzt geheilt? Ich merk nix davon. Äh. Pit ist nicht geil. Gut, wir nehmen die Potions. Ich blick das nicht. Wenn einer von euch ne Ahnung hat von dem Spiel, nur raus mit der Sprache. Denn ich habe offensichtlich... Keine. Ach, ich... Ne, ich verteil jetzt nicht mal munter Potions. Ähm. Wo muss ich jetzt lang? Geht's hier oben lang? Nein. Toll. Es geht nur nach rechts. Also, Musik ist bis jetzt doch weh gut. Peti darf hier mal aufmachen. Mach auf. Bombe. Eine Bombenstimmung. Da war ein Gegner, oder? Ah, hier war eine. Komm her, ich töte dich jetzt. Das war Gimli, oder? Ohne Zweifel. Gimli. Was macht denn der hier bei dem Sauwetter? Ah. Potions, Potions an uns hin. Potions. Ach, what? Geht ab mit dir. Boah. Krasser Scheiß. Das ist krank. Echt krank. So. Wer kriegt Level ab? Ah. Das könnte Fool gebrauchen. Oder auch nicht. Hä? Ach, kranker Scheiß hier. Ach, ja. Wir müssen eh wieder Schluss machen, ihr Leben. Bäm. Ich muss den Gegner durch die Tür durchkloppen. Wir können mit unserem Bumerang übrigens auch nicht. Nicht, ich betone nicht. Ähm. Oh, das ist gut. Also, wir können mit unserem Bumerang nicht, äh, Gegenstände herholen. Oh. Ach ja, das war jetzt sowas von dumm von mir, echt. Wer braucht dat? Der braucht Lane. Lane braucht dat. Genau. Die hat nämlich jetzt kaum noch Magie. Und ich hoffe, ich krieg das jetzt noch ins Video rein. Das wär cool. Cool wär das. Gell? Gell, du Gegnerle. Na toll. Kranker Scheiß. Level ab, jeder. Ja, das sieht man gerne. So. Ja. Dann mach ich an der Stelle stoppige Notti. Und sage, bleibt dabei, denn es bleibt spannend. Hoffe ich doch, dass es spannend bleibt. Ja. Macht's gut, ihr Lieben. Und lasst es euch gut gehen. Ciao. Und das nächste Mal sehen wir uns vielleicht, wenn ihr wollt. Nur wenn ihr wollt. Wieder bei Roland's Curse Teil 2. Äh, 3. Äh, 4. Ach, kranker Scheiß. Ja, das ist 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 ja